Wie ist das jetzt passiert? Drei Skelette, ein Creeper und ich bin gerade ums Haus rum, weil ich den... Also bei dir ist immer was los, Mainster? Bei mir ist immer was los. Tolle Nachbarschaft. Was war das jetzt? Viermal schon gestorben? Ja. Und? Insgesamt. Fünf, drei Schleppel weg. Das ist das was los. Scheiße. Und jetzt ohne Klamotten bis dorthin laufen. Dum dum dum. Ohne Klamotten bis dorthin laufen. Ja findest du. Ich wisst schon wo mich mein Bett als letztes abbaue. Genau wegen solchen Felder. Das Schlimme ist das immer so ein scheiß Weg bis dorthin zu kommen. Ah. Irgendwie. Oh ja. Ups. Und ich muss mich verdammt beeilen. Warum? Wegen dem ganzen Zeug. Ja. Es geht. Fünf Minuten hast du da. Ja. Aber fünf Minuten. Die können nur ganz schnell weg sein. Ja. Aber du bist doch äh. Von dem Ding oben bis zu mir brauchst du keine fünf Minuten. Ne. Ich weiss schon aber. Ich bin ja lieber doch einen Schritt schneller. Ja gut. Das stimmt. Weil da ist wirklich meine Diamantspitzhacke dabei. Das stimmt. Die Diamanten an sich sind schon in Sicherheit aber. Uh. Lapis. Als ob ich es brauchen würde. Nimm es mit. Nimm es mit. Aber schön. Aber schön. Dahinter ist dein äh. Diamant. Diamant. Ne. Er ist Maragd. Immerhin. Und ich habe jetzt auch mal das komische Geräusch gehört bei fünf Leveln bloß. Bing 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 bing. Weil ich mittlerweile Level 40 bin. Ich will verzaubern. Ja. Das habe ich für uns auch noch gewollt. Das kannst du vergessen jetzt ja. Oh. Der hat mir sogar ein Stück Wand eingerissen. Der verdammte Drecksbube. Stehen in die Finger grüßchen. Na gut. Das geht jetzt nicht mehr. Naja. Das geht nur nicht. Sagen mal deine, deine Dingle�s durch. Bist du bei 800. 700 34 und 503 ich dachte es wäre da ich sehe wo ich jetzt hier bin wo ich gerade unten drunter bin anscheinend nicht so elende verdammte drecks creeper du hast gut lachen ja ich warte schon bis ich drauf gehe wurde ich auch drauf da wurde ich auch drauf da will ich dann lachen mit level 40 ist das belegelhaft müsste durch ich bin mit der verzwitschnübelding drauf gehen worum denn er macht spaß absolut das ganze gelinde weg sortieren Ich hab noch einen Emmer rum. Wenn nicht, dann hab ich einen Emmer verloren. Kann ich dir hingeben? Nee, ich hab noch zwei Emmer, so ist es nicht, aber... Kannst du bei mir mit einer Emmer raus? Creeper, ich verfluche dich. Und mein Haus ist nah am Waffer gebaut. Was denn das Wort ist? Ah, alle, verdammt. Ich hab kurz ne Bastelkiste bauen. Ne Bastelkiste? Ne Bastelkiste, ja. Kiste Basteln mit der Kiste. Ähm... Guck mal, warum haben wir hier eigentlich kein anderes Holz? Ach, was mein ich denn hier? Samen sammeln. Jetzt muss ich mehr... Ach nee, ich hab ja noch was dabei, cool. Ich hab grad... Ah, ich hab kein Eisen mehr dabei. Wollt schon fahren. Wollt mich schön beschweren. Wo ist mein Eisen nun? Genau. Wollt noch einen Diamanten finden. Einen einzigen, bitte. Ich könnte auch gar nicht mehr sein. Ja, das sowieso. Ich brauch im Moment eigentlich nur einen. Ich tu dir mal bei dir irgendwo in die Kiste, wenn ich gleich bei dir bin. Ähm, von Pfeile rein. Ich hab nämlich 32. Alles klar. Ein bisschen gesammelt. Tu das. Hi, Moochigoos. Sind die schon alle ausgewachsen? Alles große Kühe. Äh, da kannst du mal, wenn du Lust hast. Ich hab oben in der... Einen Creeper hast du in der Wohnung. Ernsthaft? Ja. Deswegen kannst du kurz wieder runter. Okay. Gut, sonst hätte ich gesagt, du kannst mal meine Kühe füttern, sodass die sich vermehren. Aber dann kannst du das mal lassen. Ja. Ich werde ich dann gleich erstmal hochkommen. Dann werde ich jetzt sofort gleich mal hochkommen. Und mich um das Creeper-Problem kümmern. Ich lock den extra an die Tür. Ja, der hängt jetzt an der Tür. Also, nach unten. Ah, ich komme. Ich bin noch unten, leider auch. Ja, der steht noch an der Tür. Da ist ja... Kann wie gesagt... Da kann ich den schön abschießen, gleich. Ja, der ist auf mich gerichtet. Noch. Klingt gut. Ja, ich bin noch auf Weg nach oben. Der Hälfte habe ich geschafft. Ich sehe dich auch schon. Ich sehe dich auch schon. Kann ich den ja abschießen, gleich, ne? Wie, wegen der Faltjorken da bestimmt runter, denke ich mal. Hm. Aber ich freue mich trotzdem noch, wie der hier spawnen kann. Keine Ahnung. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Das ist doch nur los von unten. Ich habe jetzt gedacht, da fällt er. Jetzt ist er tot. So, jetzt kann ich mich jetzt noch nicht. So, jetzt habe ich schon... Jetzt habe ich schon 10 Smaragde. Da stand hier und wo rumgekommen bin. Ist das irgendwo? Wo? Ne, ne, da her! Keine Ahnung Doch Alter, so viel kann ich gar nicht aufnehmen Doch Alles klar Dein Weizen ist fast komplett ausgewachsen Ah, ich hab ja noch Weizen Wo ist die Weizen? Ich hätte die Uhr fix gefüttert Ja, ich hab schon Oh Ach, das wo du dein Vertauberraum hier hinten Jo Genau so schaut's aus, oder? Mit schwarzer Wolle Ja, genau Ich fand den stehen da ist ein bisschen langweilig, oder? Ich kann auch Jetzt kannst du ja Obsidian hinlegen Kommt vielleicht noch, weiß ich nicht genau Ich seh grad, ich müssen eine neue Eisenrüstung machen Zumindest hab ich hier schon drei Reihe stehen Da kommt noch eins drauf Und halt hier in jede Ecke dann noch vier Dann Dann passt das So, Kühe sind jetzt gefüttert, ja Es regnet Cool Schlüppsch bleiben wir ein bisschen bei dir Hehehe Tu das Könntest du glatt? Ich muss mal ganz kurz hier dein, dein Weg entlang, du Dein Weg entlang, du Warte Ich komme Was? Wenn du dich hier entlang buddelst, letztes zum Haus kam Ah, mal schauen, mal schauen, mal schauen Letzte ganz knapp am Wasser vorbei Plus minus 1, 2 Block Mal Gorgon Mal Gorgon Oh, Muchikus Scheitern Dürfen die mich füttern? Hehehehe Nein Schade So, hier haben wir jetzt einfach wieder so flasste Steine Boah, die Truhen hier sind, der Rest ist überfüllt gerade Ja Ach ne, wie macht man, nach Thron war noch mit Dingens Wollte ich jetzt mit, wollte ich jetzt mit Steinen machen, nach Thron Das wär Kacke Was? Obsidian und Ender Auge Wollte ich das? Ne, das, damit kannst du auch Thron machen Achso Ender Thron Naja, ich wüssch schon Aber ich hab halt noch nix von beiden Da ist das scheiße Doch, du hast die Truhe So Wollen wir mal unseren Schadenreparium denken, wir haben So Wollen wir mal unseren Schadenreparium denken, wir haben Sie sinds kurz Das ist immer das beste Wetter für einen Enderman Hehehehe Da fängt er nämlich an zu tanzen Vollsichtig Boah, ein bisschen Dreck dabei So, ich wollt wieder nach unten gehen Ich hab ja noch ne Aufgabe Diamanten Der ruckelt das übelst Alter 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 Ziemlichstes Ruckeln gehabt, ja Ja Jo Easy Easy peasy Easy peasy Gut, da, 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 da Regen drückt auch bitte die Framerate Merk ich grad Ah Ich seh das ja nur so schön Bei mir so, als rote Zahlen Achso Da, wo ihr Zuschauer unser Logo sehen könnt Seh ich Rote Zahlen Hehehe Das ist ein Minusbereich Wir schreiben rote Zahlen Nein Du bist dann schuld Oho Weil du kein Video machst Weißt du mich? Weil du kein Video machst, sind wir dran schuld Äh, bist du dran schuld So Du bringst mich schon ganz durcheinander Ja Ja, weiß man Ich stell's gleich wieder Der Ender Der Ender Tür stehe auf dich Blü Blü Skelett, lass mich in Höhe, halt in die Wasser. Ich mag dich nicht. Such da jemand anderes zum Spielen. Die Angst hast du ja aus der Welt, gleich verhalten. Geht ja, da ist immer noch da Dingens, ja da. Wie hieß es? Ja bitte. Bedrock. Bedrock. Na ja, ich bin ja gerade auf Level 2. Level 2. Level 2. Ich bin ja gerade auf Höhe Minus Unzuheuter. Alter Lamba. Okay, in andere Richtung. Totspinne. So, da werden wir jetzt mal das Haus langsam abbauen. Brrrr. Brrrr. Brrrr.